Die Vorbereitungen laufen sehr gut, es hat ja schon viele Vorgespräche gegeben. Die Free Games waren im letzten Jahr ganz wichtig und der Aufbau hat diese Woche am Montag begonnen, um 8 Uhr, das ist jeden Tag durchgearbeitet. Wir sitzen alle im gleichen Boot und sollen alle unser Leben gemeinsam meistern und sollen auf alle und nicht auf sich schauen, sondern nur in der Gemeinschaft werden wir glücklich sein, werden sie auch besser meistern können.